Sag mal Tanja, der Podcast rund um die Psychologie, rund um das Leben, bekannt durch Antenne 1 Neckarburg, Rock und Pop. Im letzten Jahr gab es in Deutschland rund 22 Millionen Singles. Viele von ihnen hätten gerne einen Partner, wissen aber oft nicht, wie sie es anpacken sollen. Heute rede ich mit Nina Deißler. Sie ist Deutschlands Expertin Nummer 1 in Sachen Liebe, Beziehung und Flirten. Sie sagt, Glück in der Liebe ist kein Zufall. Hallo Nina, ich freue mich total darauf, heute mit dir das Thema Partnersuche mal anzuschauen. Hallo Tanja, vielen Dank für die Einladung. Du bist Autorin von inzwischen zwölf Büchern, Beziehungscoach für Singles, Trainerin für Kommunikation, Flirten und Partnerschaft. Wer noch ist Nina Deißler in 20 Sekunden? Nina Deißler ist außerdem eine passionierte Köchin und Kochbuch-Sammlerin. Ich bin sehr, sehr gerne Gastgeberin. Ich bin eine neugierige Weltreisende. Ich bin immer gerne unterwegs. Ich bin aber auch eine Hundemama. Ich bin jemand, der auch gerne mal mit Gummistiefeln im Garten steht. Und ich habe etwas, was ich selber als Karlauer Tourette bezeichne. Ich kann einfach an keinem blöden Spruch vorbei. Auf deiner Internetseite habe ich gelesen, dass du mit dem Begriff Flirtcoach oder Flirtexpertin nicht wirklich glücklich bist, weil es um viel mehr als nur flirten geht. Wie bist du denn überhaupt zu dem Thema gekommen? Tatsächlich bin ich dazu gekommen, ursprünglich sogar über meinen Vater, der immer jemand war, der in meinen Augen als Teenager sich wirklich völlig daneben benommen hat. Aber die Menschen mochten ihn und haben immer gelacht. Und ich dachte, irgendwas macht er offensichtlich richtig. Ich habe mich immer gut mit Jungs verstanden. Die haben gesagt, Mensch, mit Nina kann man reden. Und ich habe in meinen jungen Jahren auch oft so in Restaurants und Bars gejobbt und habe da dann auch gemerkt, Mensch, viele Männer, die haben echt Fragen. Und ich konnte die beantworten. Nina, je älter wir werden, umso weniger gehen die Menschen ja auf die Piste. Wie kann man denn in Kontakt mit potenziellen Partnern kommen? Grundsätzlich möchte ich vorausschicken, dass ein glückliches und erfülltes Leben nicht davon abhängig ist, ob ich eine konkrete Beziehung habe, sondern ob ich überhaupt gute Beziehungen habe. Wenn ich rausgehe und ich rede mit meinen Nachbarn, mit den Leuten im Supermarkt, mit Menschen, die mir begegnen, dann komme ich in Kontakt. Und dass dann vielleicht auch mal jemand dabei ist, in den ich mich verlieben könnte, das ist relativ wahrscheinlich. Das glaube ich auch, aber ich bin mir auch sicher, da gibt es etwas, was die Menschen hemmt. Definitiv. Wir denken nämlich sehr oft, andere könnten schlecht über uns denken oder wir haben Angst vor Ablehnung oder auch tatsächlich Angst vor Überforderung. Was mache ich, wenn der andere nicht so reagiert, wie ich es gerne hätte? Wow. Hast du einen Tipp, wie man über den eigenen Schatten springen kann? Ein ganz guter Tipp ist, langsam anzufangen und vielleicht so, dass es noch nicht gefährlich ist und Lob zum Beispiel zu verteilen an Menschen, die es wirklich mal verdient hätten. Oh, ich habe letzte Woche unseren Metzger gelobt. Vielleicht ist ja da was drin. Nina, ich habe mich schon häufig gefragt, kann man Flirten wirklich lernen oder ist es nicht eher so, dass es einem in die Wiege gelegt wurde? Es gibt durchaus Menschen, die von Natur aus gut darin sind, aber Flirten besteht aus so Dingen wie Aufmerksamkeit, Präsenz, Offenheit, Kommunikationsfähigkeit und all diese Dinge kann man tatsächlich lernen. Hast du einen Tipp? Definitiv. Ich würde immer damit anfangen, dass ich als allererstes mal versuche, da zu sein, wo mein Körper gerade ist und nicht irgendwo bei der Bügelwäsche oder bei der Arbeit, dass ich mich umschaue und dass, wenn ich jemanden sehe, den ich interessant finde, dass ich da hingucke und nicht denke, oh Gott, oh Gott, oh Gott, was muss ich sagen, sondern, hm, dich finde ich aber interessant und dann den Gesichtsausdruck zulasse, den dieser Gedanke bei mir hervorruft. Dann klappt es meistens ziemlich gut. Ich schaue gerade unseren Programmchef an und sage, hm, Flirten ist ja das eine, wie kommt es denn jetzt zum Knistern, also zum nächsten Schritt, du sagst, ja, lass es knistern. Naja, der Flirt ist ja etwas Unverbindliches, aber er gibt ja eine Möglichkeit, er öffnet eine Tür. Ich muss nicht durch jede Tür gehen, die ich öffne, aber Flirten ist etwas, was zwischen zwei Erwachsenen passiert und wo wir einfach sagen, lass uns doch mal gucken, ob wir uns gut finden und eben nicht, oh Gott, ich hoffe, dass ich irgendwas sagen kann, was du gut findest. Was man tun kann, wenn man vielleicht etwas schüchtern ist oder sich gar für seinen Körper schämt, bleibt dran. Nina, du bist ja allerdings der Meinung, dass es weniger darum geht, den Traumpartner zu suchen, sondern eher darum, Traumpartner zu werden. Ich kann mir also vorstellen, dass sich ab und zu genau damit viele schwer tun, sich als Traumpartner zu verstehen, Stichwort Bodyshaming. Was empfiehlst du Menschen, die sich trotz Knistern vielleicht für ihren Körper schämen? Ganz ehrlich, unser Körper ist eines der ganz wenigen Dinge, die so gut wie gar nicht wichtig dafür ist, ob wir für jemanden ein Traumpartner sein können oder nicht. Denn stellen wir uns mal vor, wir hätten den vermeintlich perfekten Körper, wo wir uns noch fragen müssten, wie würde das denn dann aussehen? Und dann findet uns jemand deswegen attraktiv, man möchte doch nicht mit jemandem zusammen sein, der ist so oberflächlich. Sondern es geht doch eigentlich viel eher darum, wie wir im Herzen sind und welche Ideen, Werte, Träume und all diese Dinge uns zusammenbringen. Und ganz ehrlich, wenn wir in jemanden verliebt sind und das Feuer der Leidenschaft mal brennt, dann guckt der auch nicht mehr hin, ob da irgendwo eine Falte oder eine Delle oder sonst irgendwas. Die Rettungsringe bitte nicht vergessen. Zum Abschluss, mit wem würdest du mal gerne flirten und welche Frage würdest du dieser Person dann gerne stellen? Ich werde ja manchmal gefragt, Frau Deißler, haben Sie heute schon geflirtet? Dann sage ich, wie spät ist das? Ich flirte ja grundsätzlich sehr gerne. Aber ich glaube, wenn ich mir was aussuchen könnte bei der guten Fee, würde ich sagen, Keanu Reeves. Den finde ich nämlich wirklich toll und den würde ich wahrscheinlich fragen, wofür hast du eine Schwäche? Danke, liebe Nina. Ich bin mir sicher, dass du vielen Hörern Mut gemacht hast, die Partnersuche wieder anzugehen. Das hoffe ich auch und allen wirklich vor allen Dingen ganz viel Spaß dabei. Wenn ihr nun mehr über Nina Deißler wissen wollt, schaut einfach mal nach auf www.ninadeißler.de. Ich bin die Tanja Köhler, eure Antenne 1 Neckarburg-Rock- und Poppsychologin. Das war Satmaltanja, der Podcast rund um die Psychologie, rund um das Leben. Bekannt durch Antenne 1 Neckarburg-Rock- und Pop.